Einen schönen Tag. Ja, Nino de Angelo. Er ist bald 60 und die ersten Fans bangen und machen sich wirklich Sorgen. Auch seine zwei Kinder machen sich wirklich Sorgen um den 1,70 großen Sänger. Der Musiker mit italienischer Abstammung musste, wie er selbst sagt, notoperiert werden. Seine Lungenkrankheit COBT schlug aus, um das Schlimmste zu verhindern, sagte der Sänger, hat er eine Notoperation hinter sich gebracht, damit er seinen 60. Geburtstag auch erleben darf und nicht sein Hit Jenseits von Eden zur Wirklichkeit wird.